Hey. Herzlich willkommen bei den alten Herren. Wir spielen mal wieder eine Runde Civilization 5 Brave New World. Hallo. Ich bin Onkel Bob. Ich scannere mit meinem Talent, Onkel Bob in die Rede zu fallen. Ja. Okay. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Richtig. Fleißig, fleißig. Genau. Ach stimmt, das habe ich hier oben gemacht. Ah. Ich muss mich gerade wieder ein bisschen reinfinden. Ja, ich auch. Hm. Bang. Oha, Bogenschützen von den Barbaren sind unterwegs. Ach, hier läuft gerade nur ein Axtkämpfer herum. Lass mich mal laufen. Oh, da oben kommen auch schon wieder Schwerkämpfer. Also bringe ich wieder meinen Bautrupp in Sicherheit. Oh, hier ist ja noch mehr Gold nach links. Ist ja Wahnsinn. Ist das hier die Goldene Wüste? Trifft doch den Namen dann auf den Kopf, oder? Tja. Ich dachte eher, dass hier Öl ist, aber kein Gold. Das ist echt ein ganz mieser Ort für eine Stadt, bei dem ganzen Gold hier. Es wird zwar eine wohlhabende Stadt, aber die wird schlecht wachsen. Dann kann der Haye an meiner Miene weiterarbeiten. Next round. Ich bin gerade hart am überlegen, wo ich diese Einheit hier ansetze. Ich weiß es gar nicht. Gibt es irgendwo auch in der Übersicht, welche Ressourcen man schon hat? Oh, ja. Meinst du die Luxusressourcen? Die findest du, wenn du über deinen Smiley oben dem aushältst. Dann siehst du, welche Luxusgüter du hast. Da sind aber auch die drin, die du durch Handel und Tausch bekommst. Also nicht nur die, die dir gehören. So. So. Sind Stadt, Stadt, Jere waren gefunden. Hm. So. Aha. Hier habe ich meine... Wo war es jetzt nochmal mit den Materialien? Was für Materialien? Hab schon, hab schon. Hab schon gefunden. Doch, Silber habe ich schon. Na gut. Dann brauche ich auch die Geländefelderweiterung nicht zu kaufen. Ah, hier schon wieder Pack-Eis. So, Mist. So, in Hamburg wurde meine Wassermühle gebaut. Da brauche ich doch jetzt mal... Hm, was brauche ich denn mal? Den Dom. Den Hamburger Dom? Ja. Bitte, Stil. Ich brauche ein Kolosseum. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die letzte, ähm, Sozialpolitik in Tradition und dadurch kriege ich plus 15% Wachstum in allen Städten und ein Aquädukt in meinen ersten vier Städten. Was ziemlich cool ist. Und noch mehr Gold gefunden. Das ist ja Wahnsinn hier. Berlin. Was brauche ich denn in Berlin? Berlin. 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 Die hier oben scheint es nichts mehr zu geben. Was ist das? Unter Frankfurt ist ein Barbarendorf. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, vielleicht 5 Hexfelder bis zu deiner Grenze. Wo ist denn Frankfurt? Bei deinem Goldvorkommen. Ach da. Ja cool, dann gehe ich da gleich mit meiner Bestie dahin. Berlin benötigt Wale. Rettet die Wale. Berlin will die nicht retten. Berlin will sie schlachten. Gib es zu, du möchtest sie für einen riesigen Aquapark haben. Aha. Wo Kinder auf ihnen reiten können. Für Seeleife in Berlin natürlich. Ja genau. Okay, München hat eigentlich so einen Bautrupp. Dann kriegt München jetzt noch ein Arbeitsboot. Ach, kann ich noch gar nicht. Wunderbar. Aha, hier ist noch ein Barbarendorf. Die haben schon Sperrkämpfe. Links unter Frankfurt habe ich die Stadt Sevilla entdeckt. Sevilla von Spanien. Ja, ich glaube, das ist die zweite Stadt. Muss es ja, weil so klein wie die ist. Ich hätte eben nichts Kohlesäurehaltiges trinken sollen. Ich knurr die ganze Zeit im Magen. Hoppala. So wie ihr seht, baue ich gerade ein paar Kolosseen. Weil man unzufriedenheit ziemlich drastisch ist. Moment, Caravan ist fertig. So, ich habe gerade meine Caravane von Berlin nach München geschickt. Und dann ist jetzt anstatt 17 Runden bis zur nächsten Vergrößerung nur noch 4 Runden. Also das hat sich richtig gelohnt. Oh, unter uns ist ja der Amerikaner. Achso, das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Ja. Ich bin mal gespannt, in welchen er seine gierigen Finger ausstrecken wird. Ja, wahrscheinlich nach Norden, weil da das grüne Land ist, wo wir gerade sind. Ich bin hier gerade in Indien, glaube ich. Mein Bogenschützen. Also sie sind definitiv in Europa. Ich glaube, da werde ich auch erst mal eine Schifffahrt erforschen. Erde. Ah, gut, ich wusste es nicht mehr. Ja, ja, ich werde Schifffahrt erforschen und werde erst mal nach Amerika segeln. Wie immer. Ja, und wer war das letzte Mal immer da? Die Spanierin, ne? Oder Engländer. Ganz Amerika schon besiedelt. Das machen sie diesmal bestimmt auch. Mit Sicherheit. Oha, mein Sperrkämpfer hat fast zerrissen. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, diese Stille hier ohne Musik. Ja. Das ist furchtbar. Wir sollten ein bisschen mehr reden, sonst wird das echt ein grausames Let's Play. Dann nehmen wir ein Thema. Ich bin gerade verwirrt, meine Mauer ist plötzlich fertig. Meine Mauer ist schon gebaut. Ist die wirklich schon fertig? Ach nee, das ist der Grundriss, der entsteht, wenn man die Mauer baut. Ja, schön. Thema, ja. Hast du irgendein Thema? Ähm, gerade nicht. Ich bin heute ein bisschen themenlos. Vielen Dank. Vielen Dank.